Ich bin total enttäuscht. Es waren ja eigentlich heute 16 Kilometer auf dem Plan und das habe ich nicht geschafft. Also wie ihr vielleicht sehen könnt, ein bisschen humpelig. Ich habe das linke Knie, keine Ahnung was da ist, das ist auf einmal reingefahren. Das tut jetzt saumäßig weh und da unten der Fuß, also die linke Seite, die ist da, das ist meine schwache Seite, die schlechte Seite, die rechte Seite, da hatte ich gar nichts, da habe ich nichts. Das läuft super, aber die linke Seite, wie gesagt, nach 9 Kilometern musste ich dann aufhören, weil einfach, dass mir im Laufen heute gar nicht mehr ging. Und jetzt glaube ich halt schon seit 6 Kilometern gemütlich spazieren Richtung Dusche. Ist glaube ich auch nicht so gesund, also verschwitzt dann einfach ganz gemütlich zu laufen, aber Rennen, Joggen geht halt gerade gar nicht mehr. Werde ich jetzt mir mal mit Wundsalbe oder was ich auch immer daheim habe einschmieren und dann am Montag steht ja eh Schwimmzüge auf dem Programm und dann gucke ich mal, dass die Sehnen und dass die Gelenke wieder ein bisschen entreizt werden. Vielleicht gehe ich heute Abend noch mal ein bisschen schwimmen und mal gucken, was besser wird. Ja, scheiße. Au. Aua.